Hallo und herzlich willkommen zum Sports Tuesday Ich spiele jetzt hier mein Managerspiel mal wieder weiter weil andere Spiele habe ich ja nicht oder andere Sportspiele Spielladen Wir wollten jetzt probieren ein Spielers zu kaufen Spiele auf dem Transferliste setzen Achso, jetzt haben wir hier Aufgaben gekriegt, die wir machen müssen Spiele auf der Transferliste setzen Sonntag der 16. weil es das nächste Spiel ist Ja Spielplan Da ist er doch Ah, der 16. ist nicht am 22. der Spieler Ok Also die erste Aufgabe war ja Spieler Von Rom an Alle Spieler eine Was? Warnung Bezüglich Verhaltensregeln Aussprechen Mhm Und wie geht das? Keine Ahnung Den Spieler eine Warnung bezüglich Verhaltensregeln aussprechen Da kommen wir auch nicht hin Ok Spiel mit einer Geldstrafe Im Ende von .... ... ... ... ... ... ... 2 Wochen Belagen Spiele mit der NG Schraffel Eines Monats Geils Belagen Eieie Wieder auf der Seite Antwort Hm Na ja Machen wir erstmal weiter hier Bis zum 22 sind wir ja Zeit Oh Bayern hat verloren gegen Mainz Gibt es sehen Gibt es eigentlich auch HundFB Pokal Ich glaube nicht Ich habe keine Münzen Wie lange dauert das noch bis zum 12. Januar Oh das ist ja noch ein halber ähnlich Naja Ach gibt es doch DFB Pokal Freiburg gewonnen Paderborn gewonnen In Leipzig gewonnen In Leipzig gewonnen In Kites Ruhe Nur mal Spielplan schauen Ne Ich habe kein Pokalspiel Tja Hat für eine Unverschämtheit Aber am 22. habe ich ein Spiel In Deutschland Ach die wird ja jetzt erst ausgelost Ach ich bin auch schon da Ich bin auch schon da Ich bin auch schon da Irgendwann Pauli Cool Okay Letzte mal Spielplan Da Ach ich bin jetzt aber im Spiel Hä Mal gleich Hier nach Gleich nach hier Mal gleich nach dem Spiel hier Da schauen wir mit den Transfers Naja Los Anofa, Los öffnen Upsi 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 Pessi Hubschreiber Dressforschreiber Pessi 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann schauen wir mal. 95 sind alle noch fit? Alle fit. Alle motiviert. 88 der offensives Mittelfeld. Oder rechts, links Zentrum. Offensives Mittelfeld. Okay. Dann haben wir jetzt noch 87. 80. Vorne defensives Mittelfeld. Aber ist nur rechts. Okay, Mittelfeld. Nein. Und Verteidigung rechts. Nein. Nein. Dann haben wir noch hier Sturmzentrum. Okay, den kann man auch reinnehmen. Nehmen wir den raus. Und setzen ihn rein. Anweisungen. Anweisungen. Direkt schnell. Dann verstanden. Okay. Und go. Ja. 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 Ich glaube, ich glaube, es ist auch ein Tränen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt können wir taktische Anweisungen geben Tempo Normal Direktpresse Normal Angriff Stark Normal Variabel Eigene Hälfte Und dann machen wir auch nochmal Variabel Und Und dann machen wir auch nochmal Und dann machen wir auch nochmal Vielen Dank. Ich mach mal den Ton hier aus. Jetzt haben wir gleich die ganze Zeit wieder das anfeuern. Jetzt laufen wir jetzt den Sekunden. Wir waren in 2-0. Man of the Match, Yid Wild, der Torwart von Bremen. Hat den aber nichts genützt. Boah. 300 Punkte gekriegt. Nice. 5-2. 2. 2. Liga ist hier unten. Kölner 3-0. Ich möchte gleich mal gerne die Tabelle sehen. Stefan Reddogan kann mit dem 2-0 Erfolg in deiner Mannschaft gegen Werder Bremen zufrieden sein. Ja. Ich bin zufrieden. Und was das von auf Teilen drückt? Das hast du denn bei Facebook? Ja. Ok. Dann machen wir nochmal die letzten Spiele hier fertig. Ach. Jetzt sind wir wieder hier. Ihr Trainerstab meldet, dass Fabian Preetri heute zu spät zum Training gekommen ist und keine gute Leistung gezeigt hat. Wie möchten Sie reagieren? Achso. Ich habe vorhin auf Spiele und dann Antwort gedrückt. Äh. Dann einen Spieler eine Warnung bezüglich Verhalten. Den Spieler. Spieler mit einer Geldstrafe. Nein. Geldstrafe. Scheiße. Achso. Wie möchten Sie reagieren? Ich habe vorhin auf Spiele und dann Antwort gedrückt. Ich muss jetzt mal kurz auf den Transfer schauen. Ist er noch geschlossen? Kein Transfer in dieser Saison. Ok. Mein Einer Torwart ging weg. Ok. Okay. Pfff. Freud dafür. Oh, 88. Der ist gut. Edmunds. Der ist 6 Millionen. Da kann man 6 Millionen. Glyne Spieler. Der. Äh. Das war unser Glyne Spieler. Wir haben ja auch noch einen. Zerzahlen. Schauen wir mal. Mannschaft. Zerzahlen. Gut. Ähm. Okay. Transfer. Das geht noch nichts. Weil. Halt. Transfer noch zu ist. Kann man das nicht machen. Ja. Da kann man ja eigentlich nicht viel machen. Außer immer weiter klicken. Tabelle. Dortmund ist 1. Wo ist denn Bayern? 10. Ui. Guck mal. Wir sind auf dem 4. Plan. Einmal verloren. Zweimal gewonnen. Okay. Bayern spielt ja jetzt noch. Nachdem wir auch schon einmal verloren. Und. Hertha gegen Evacusen verloren. Und Mainz gegen Eintracht. Äh. Das Transferfenster schließt wir quasi. Finanzspritzen. Da muss man richtiges Geld bezahlen. Ich glaube schon. Trainingsplatz besuchen. Und. Ach. Geht noch nichts. Bayern spielt jetzt. 2-5 gegen Gladbach gewonnen. Mei. Fress nochmal. Tabelle. Guck mal. Gleich direkt einen Platz unter Bayern. Wir haben hier 4 Champions League und 1 Europa League Platz. Hm. Spielplan ist. Der 29ste. Braucht keine Finanzspritze. Oh. Das war tatsächlich nicht auszusehen. Offen. Transfer gesetzt haben. F80. 900.000 kriege ich für den. F80. Mannschaft. Mannschaft. Auswechselspieler. Offensives Mittelfeld. Da bräuchte eigentlich nur einen für. Ah. Sehr gut. Also eigentlich. Nicht verkaufen. Angebot. Ablehnen. Und. Gebot. Ablehnen. 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 Transfer, nicht in dem hier von der Transferliste runter Äh Hm Okay, okay, okay Ja Ich würde mal sagen, wir schauen noch mal kurz die Mannschaft Dann haben die noch 1, 2, 3, 4 Spieler Die ist sowieso Warte mal Ach Die ist auf der Position aufgelistet Wir haben 4 Stürmer, 2 spielen Einen brauche ich nur in der Reservie Ich würde nicht sagen, wir werden den hier mal Ähm Auf Ausleihliste setzen Ausleihen ist immer gut Mannschaft Auf Ausleihliste, ah cool, so steht das da Wir brauchen Mittelfeld haben wir Offensives Mittelfeld brauche ich nicht so viel Ich habe ein Offensives Ein Defensives Ein Defensives Und 2 normale Defensives Mittelfeld Mittelfeld Offensiv Offensiv Mittelfeld Offensiv Mittelfeld Offensiv Mittelfeld Mittelfeld 4 4 Also ich brauche eigentlich nur 2 Ersatz Ist einfach so viel Ich nehme auch 84 Oh ne nicht den Und Ach gut Ach das hatte ich gerade nicht verkaufen wollte Auf der Ausleihliste setzen So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja Gut Verteidigung Da habe ich 4 normal Also auch 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hier sind noch Defensiv Mittelfeld Spieler und so Was ist da Warum steht bei denen das Ausleih drin und bei denen hier nicht bei dem Wolf An der Ausleihliste streichen An der Ausleihliste streichen An der Ausleihliste streichen Defensiv 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 Mittelfeld 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 für heute austral start und hoffen wir es werden ein kein ein 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Yeah. Okay. 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 Okay.